Moin, hier ist Miro von Olaut und heute bin ich mit dem zweiten Teil unseres Spenden-Sales zugunsten der von Hochwasser besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für euch da. Zweiter Teil deshalb, weil ich zum einen einmal euch ein Update geben wollte, wie viel Geld ist zusammengekommen letzte Woche Samstag. Das waren 24.000, ich muss kurz ablesen, 228,50 Euro, die wir auch komplett an Aktion Deutschland hilft gespendet haben. Das ganze Geld geht an Hilfsorganisationen, die vor Ort dann die Menschen unterstützen und auch bei den Aufräumarbeiten und allem Weiteren helfen. Die Hochwasserkatastrophe geht aber weiter. Jetzt fürs Wochenende ist unter Umständen wieder Gewitter angesagt. Also es kann noch lange keine Entwarnung geben und die Schäden, das wird noch lange, lange Zeit dauern, bis das alles behoben wird. In unserer Community bewegt sich sehr viel. Wer gerade mal in die Facebook-Gruppe schaut, sieht, dass da auch privat viel gemacht wird. Viele Leute schaffen Hilfsgüter dorthin, arbeiten selbst bei Hilfsorganisationen, schaffen Taschenlampen dorthin. Da wird auch privat gesammelt und wir fühlen uns sehr inspiriert und machen den Spenden-Sale jetzt einfach nochmal. Und zwar ab heute Morgen. Es ging schon los. Um 10 Uhr hat es gestartet und es läuft bis zum 28. Juli bis um Mitternacht. Und ihr habt die Gelegenheit, euch eine i3T in Wunschfarbe quasi mit 30% Rabatt zu kaufen. Über einen speziellen Link, den habe ich für euch unten in der Beschreibung drin. Und dann könnt ihr noch einmal Gutes tun, denn die gesamten Umsätze werden wir erneut wieder an Aktion Deutschland Hilft spenden. Und die verteilen es dann weiter an Hilfsorganisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund oder die Johanniter und auch einige mehr. Außerdem sind wir im Gespräch mit betroffenen Kreisen, ob wir Taschenlampen dorthin spenden können. Da ist aber noch nichts spruchreif. Von daher bleiben wir erstmal bei diesen Geldspenden. Das hilft ja auch immer sehr direkt. Dann können das Geld genau dafür ausgegeben werden, wofür es notwendig ist. Also ich hoffe, dass ihr nochmal zahlreich dabei seid. Auf der Webseite gibt es dann die i3T in vier verschiedenen Farben. In Schwarz, in Desert Tan, in Mountain Sky und auch in Messing haben wir die für euch. Und ihr kriegt 30% darauf, wie gesagt. Es sind auch ein paar Bundles drauf von dem Sale, der gerade sowieso am Laufen ist. Und auch hier haben wir uns entschieden, wenn eine i3T mit in dem Bundle drin ist. Ihr seht die Bundles auch auf der Seite nochmal aufgelistet. Dann wird ein Teil von den Einnahmen von dem Bundle, der nämlich der auf die i3T zurückzuführen ist, ebenfalls von uns gespendet. Ja, wir hoffen, damit eine Kleinigkeit zumindest beitragen zu können und freuen uns, wenn ihr euch dazu entscheidet, uns damit zu helfen. Und vielleicht könnt ihr ja auch privat noch irgendwas machen. Auf jeden Fall bin ich total happy damit, was alles gerade passiert. Und ja, ich wünsche allen, die noch Menschen vermissen oder vielleicht auch verloren haben, auf jeden Fall alles Gute. Und ja, wir denken an euch und ja, machen wir, was wir zusammen machen können. Und in dem Sinne, allzeit gutes Licht.